ich mache mal ein kurzes update hatte ein video gemacht zu paola und sascha wir haben uns getrennt das ist ja so youtube uhrgesteine ja die glaube ich ganz viele verfolgt haben brauche ich mal eine neue kammer naja und die wandern ja viele jahre zusammen hatten halt so ein buntes social media leben geführt mit besuchen all möglichen ländern in dubai gewohnt jetzt immer der also die klassische influenza karriere und ich hab da ja die haben sich jetzt getrennt und ob mich wirkte dieser sascha halt wirklich so wie jemand der ja alles hinter dieser beziehung zurückstellt total im pluspol ist und ja irgendwie ziemlich ziemlich oben auf sage ich mal oder am drücker wie auch immer das sagen sondern der sich eigentlich ja nicht gut verkauft sage ich mal ein stück zurück das geht ja ich gar nicht naja ich wohl immer eine andere auf jeden fall mache ich da jetzt mal ein update zu weil ich habe ein video auf seinem kanal gelesen wo wo mir echt alle nackenhaare zu berge gestanden haben und vielleicht bin ich bei der einzige den es so geht also er hat ich verlinke das hier drunter auch mal ich verlinke mal beide videos ich kann die ja nicht reinschneiden weil es wird dann immer die monetarisiert und gesperrt und ich weiß nicht was also hatten wir auf seinem kanal gemacht das hat er einfach liebe genannt und eine liebeserklärung an seine frau und ist für mich ein video wo sage ich mal licht und schatten von so einer pluspoligkeit über viele jahre deutlich werden also solange es läuft also wenn man sozusagen so eine frau total auf dem podest hebt und klar die sind dann auch in so einer bunten welt das ist ja auch sehr addiktiv an sich wenn man so in jungen jahren die möglichkeiten hat auf alle partys eingeladen können alle möglichen länder besuchen hat geld wie heu und es bestimmt geile zeit aber es kann auch einen totalen kopfweg machen das kann einen wirklich versauen so viele jahre danach ich muss immer denken an so einen flugzeugmechaniker den ich mal kennengelernt habe der irgendwie für den scheich von brunay gearbeitet hat aus dem eigenen airbus und der typ war auch völlig durch der war einfach durch der hatte irgendwie zwei jahre nur reichtum und angestellt was ich was erlebt da der war durch und so kommt mir das auch vor mit mit dem sascha hier ja ein tolles leben hat seine frau total auf dem podest gestellt und es war leben voller adrenalin rausch vermutlich und dopamin und ich weiß nicht was und ja und dann kam corona es ist also müsst euch echt mal angucken ich finde es also aus meiner sicht hochinteressant und alles ist ausgebremst die anderen ihrer 800 quadratmeter wohnung in dubai gesessen und sind da wahrscheinlich scheinbar mit sich irgendwie nicht klar gekommen ist ja auch traurig ich wünsche ihnen wirklich nur das beste ist jetzt gar keine frage aber so wie er über sie und die beziehung redet ist aus meiner sicht so es waren zwar nur positive kommentare darunter und ich freue mich auch wenn leute sich lieben nur für mich ist das diese diese pluspol art von liebe dass ich jemand auf dem podest stelle und ja über einen grünen klee lobe während der eigentlich schon längst abgefahren ist abgereist ist wenn sie schon passiert ist bald andere männer datet einfach gar nicht mehr an einen denkt irgendwie und sie tut ja schon durch die weltgeschichte da irgendwo wieder und wirkt so ein bisschen so was wenn ihr auf die kinder aufpasst ja auch können die männer ja auch machen ist alles in ordnung aber ja also mir stehen richtig die haare zu bergen wenn ich sowas höre so sich und dann denke ich also wirklich dann denke ich manchmal ist es wirklich besser ein bisschen neutrale aufbeziehung zu gucken ein bisschen cooler mehr in die selbstliebe zu gehen und vielleicht auch ein leben zu leben was ein bisschen wie soll ich mal sagen nicht ganz so dopamin geschwängert ist vielleicht manchmal echt besser als ja gut ich meine er kann da immer drauf zurückgucken ist gesagt es hat positives hat negative seiten und er hat bestimmten beneidenswertes leben gehabt aber dann da jetzt so pluspolig drauf zu gucken und sie über einen grünen klee zu loben und und es ist so die reine und und das so als die reine liebe darzustellen also für mich gibt es keine liebe ohne selbstliebe und und ich finde es also vielleicht ist auch noch meine meinung ich fühle es viel gesunder wenn jemand sich trennt dann auch in so eine gewisse trennungs sagt man immer so trennungsaggression ist vielleicht das falsche wort aber so eine trennungsabgrenzung zu gehen zu sagen hey okay du willst dich trennen aber ja dann ziehe ich auch weiter und drehe jetzt nicht irgendwie ein zehnminütiges liebesvideo über dich finde ich also mir tut der typ echt auf so eine schräge art leid obwohl ich ihn auch beneide für sein super obwohl ich habe auch ein geiles leben aber es ist einfach ich finde es aus aus sicht des liebeschips echt total interessant vielleicht interessiert es euch ja auch und guckt euch gerne an und kommentiert mal wie ihr das seht wir sehen uns bald wieder bis zum nächsten mal